Ja, ihr kennt bestimmt meine Box hier. Ich habe leider nur so eine einfache Lampe hier zum Ausleuchten. Ich werde euch nachher gleich den Grund erklären. Ich werde jetzt euch mal was zeigen. Dies ist der, ich werde es anheben, der 3-Hond-Volt, ja, wie soll man sagen, Pulsanschluss. Ich werde es euch jetzt mal mit einer Lampe zeigen, dass der, wenn man den anschaltet, dass ich keine gebrutzelt kriege, ja, werde ich jetzt mal nicht gleich einschalten, weil diese Steckers hier sind doof, weil die nicht halten. Wenn ich das nachher mit den anderen mache, ich werde zeigen, wie man damit Batterie wiederbelebt. Ich werde jetzt das Licht ausmachen, dass ihr seht, wie hell das ist. Und ja, es wird immer heller, weil es eine Energiesparlampe ist. Wenn man einen Kondensator verwendet, geht ein bisschen mehr Power. Aber, oder hier dann, ich werde mir das sehen können, wenn ich es jetzt erde hier. Ja gut, der Kondensatorschalter ist leider kaputt. Werde ich mal erneuern und dann, ja. Oder für eine 1,1 irgendwas Batterie hier. So eine normale hier. Also, ähm, sorry, ähm, ja, der hat es wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie unterteilt, weil da kam irgendeine Nachricht von meiner Kamera. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie viel er genommen hat. Und diese ist die, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ähm, die Batterie, die, also jetzt ist genug Licht da auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, warte, ich drück mal kurz die Scharfstelltaste, weil das ist ein bisschen näher. Ähm, fauble. Hm, Entschuldigung, uns hat er irgendwie ein Bild gemacht. Aber er hat es jetzt automatisch scharfgestellt, ähm, ja gut, diese Batterie hier werde ich nachher wiederbeleben, weil die lässt sich nicht mehr laden im Ladegerät. Ähm, ja gut, und das ist jetzt hier die Batterie und ich mache jetzt eine kurze Pause. Ja gut, ich kann das Video auch laufen lassen, ähm, ihr werdet es sehen. Ich werde jetzt hier die Lampe tauschen, dass ihr seht, wie man das macht. Also, ich habe jetzt die Lampe hier einfach weggenommen. Ähm, ja, ich werde nachher an den Anschluss hier so ein Kabel reinstecken. Ähm, ja, ich habe jetzt den Schalter nicht ausgemacht, also, weil ich sehr vorsichtig bin. Und das Blaue ist Plus. Also, es sollte die beiden, ihr könnt es vielleicht sehen, es funkt ein bisschen. Und meine Spannungslampe geht aus. Von dem Pulsor. Und wenn ihr das berührt, es tut ordentlich weh. Und zwar keine Ampere drauf, aber